Hallo zusammen! Der Grund, dass ich hier bei GORILLA mitmache ist, dass ich euch dazu motivieren will, um auch ein bisschen in die Berge zu gehen, Spass zu haben, die Natur zu geniessen und vielleicht eben beim FreeSkien neue Tricks zu lernen und sich einfach etwas ausleben. ARD Text im Auftrag von Funk